Ein Hallo und eine herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Channel und heute ist die Nummer 32 dran, die Nummer 32 ist von TheBasicGamers. Hoffe ich hab's richtig ausgesprochen, ist ja oft der Fall, dass ich's nicht tue. Ähm, direkt im Hintergrund, der Hintergrund sieht nice aus. Mh? Parrot by Graphics Store. Ja, ähm, aber trotzdem, ein geiler Hintergrund. Ist auch nicht zu lang, wie man sieht. Einzige was man sieht halt, der hört ziemlich früh auf, aber das ist auch eigentlich nicht so schlimm. Nö, eigentlich nicht so schlimm. Ähm, ja, eigentlich nicht so schlimm, eigentlich so geht ja, ne, regelmäßig guter Kanal. Also man sieht schlechteres, man sieht definitiv schlechteres. Ähm, aber da ja, sie steht auch nebenbei, Powered by Graphics Store, Boah, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Hintergrund nicht selbst gemacht ist. Das ist dann mal wieder ein kleiner Minuspunkt. Mh. Let's Chann... Hä? Das war meins. Let's Channel. Ihr wollt einen Let's Channel dann beantwortlich fragen. Warum wollt ihr eins? Klingt nach mir. Welche Art von Videos macht ihr? Klingt wieder nach mir. Was wollt ihr mit eurem Kanal bezwecken? Das klingt irgendwie voll nach mir. Egal. Zusatzinfos wären hilfreich. Diese Fragen per Private Message ORPN an uns. Und ihr seid dabei. Programm, Minecraft Let's Play, Mod, Spore, Cube, Rock of Age. Und Rock of Age habe ich gerade geguckt. Das ist ja mal richtig geil, das Spiel. Das ist richtig gut geworden, das Spiel. Also das gefällt mir. Oh, ich habe Folge 5 noch nicht gesehen. Also vom Kommentarstil her... Manchmal aus Versehen ein bisschen zu leise, aber das ist nicht schlimm. Kommentarstil eher... Sehr gut, von meiner Sicht aus. Du hast immer was zu reden. Das ist gut. Du sagst auch immer was, du machst nicht. Ja, äh, ihr, äh, ihr Gehirnwäsche, blabla. Ähm, Toaster. Und so, nee. Du bleibst schön beim Thema und hältst es auch 10 Minuten lang durch. Das ist schön. So was hört man gerne. Und am 4.4.2012 ist man dabei. Das ist jetzt auch wieder knapp 2 Monate... 3 Monate sogar her. Ja. Ja, ähm, das Beste überhaupt. Ja, seine Projekte. Ein ziemlich schöner Kanal. Der Hintergrund, ja, verbesserungswürdig. Jein, sag ich jetzt mal. Ein eigener wäre besser. Das ist... So, ein eigener wäre besser. Definitiv. Mal gucken wir einfach mal Videos. Wie fährst du denn überhaupt? 97. Äh, Cube hab ich nie gesehen. Auch das mit den Händen und dem Räumen drehen und so, ne? Das ist ein nettes Schöne, hier. Ähm, guck ich mir das jetzt gleich mal an. Ähm... Minecraft-Mode-Vorstellungen. Let's Play Spore. Let's Play Spore, ja, ja. Ziemlich interessant. Ähm... Was kann ich zu diesem Kanal sagen, großartig. Also, Hintergrund, leider nicht selbst gemacht. Nicht so schlimm. Ähm, ist auf jeden Fall gut formiert. Das Grüne passt zu deinem Profilbild. Also, passt auch zu manchen Videos, du hier machst, so mit den eintönigen Sachen. Alles so grün hier. Ähm, zum Beispiel hier bei Rock of Age, alles braun. Minecraft ist... Minecraft-Ausnahme, auch Cube ist alles so grau-mäßig. Vielleicht ist das auch das, was... Ähm, ja. Sein wird. Großartig zu diesem Channel bleibt nichts zu sagen. Und ich überlege gerade, welche Not ich gebe. Du hast ein eigenes Intro, das ist positiv zu bewerten. Der Hintergrund ist leider nicht selbst gemacht. Aber, du hast hier eine gute Beschreibung reingeschrieben, was ich auch mal machen müsste. Deswegen gebe ich deinem Kanal eine 2. Ja, eine klare 2. Also, damit könntest du eigentlich ziemlich zufrieden sein mit dieser 2. Ähm... Ja, wie dem auch sei. Also, der Link ist wieder unten in der Beschreibung zu sehen. Wie gesagt, eine 2 heißt ja so viel wie reinschauen lohnt sich definitiv. Ähm... Und... Wer weiß? Vielleicht schaut ihr auch mal rein. Ähm... Link unten in der Beschreibung. Musik von ich weiß nicht wen. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und es heißt, let's play, let's channel, let's... Weiß, weiß, ich. Und bis zum nächsten Mal sage ich an dieser Stelle erstmal wieder, wie immer, an einem Ende eines Videos von mir. Masala Vista, Baby.